Ja, servus Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Retro & Future. Ich bin der Steffen, wie ihr wisst, und heute gibt es ein neues Video zum Thema Lohnt sich mein Speicher? Also bleibt dran, das wird interessant. Bis gleich. So, dann legen wir mal los. Wenn ihr meinen Kanal kennt, wisst ihr, dass ich schon zwei Videos gemacht habe zum Thema Lohnt sich mein Speicher? Beziehungsweise ab wann lohnt sich mein Speicher? Und das erste Pfeil sah so aus und war wirklich sehr grob strukturiert, sage ich mal. Aber in dem Video wurde eben auch gesagt, es ging darum, relativ einfach zu berechnen, über den Daumen gepeilt, wie lange mein Speicher braucht, bis er sich amortisiert hat. Damals, in dem ersten Pfeil, haben wir im Endeffekt die Gesamtkosten eingegeben. Wir haben den Strompreis eingegeben, den wir für die nächsten 20 Jahre im Schnitt erwarten. Das ist natürlich ein schwieriger Wert, aber von irgendetwas muss man ausgehen. Dann hat man eben hier die Möglichkeit einzutragen, wie viel der Speicher geladen und entladen hat, damit wir auch die Effektivität des Speichers kennen. Dann hat man hier die Kilowattstunden, die man einsparen muss, bis sich der Stromspeicher dann gelohnt hat. Und hier muss man dann wieder einen Eintrag machen, und zwar, wie viele Kilowattstunden Ausspeiseleistung der Speicher im Jahr hat. Und anhand von diesen Informationen, die man einträgt, berechnet er eben relativ grob, wie viele Jahre wir brauchen, bis sich unser Speicher rentiert hat. In dem Fall waren es 8,5 Jahre, die wir in dieser groben Berechnung hatten. Und da kamen natürlich von vielen Einwände, ja, das wäre viel zu einfach gehalten. Der Strompreis mit 40 Cent über die nächsten 20 Jahre würde so überhaupt nicht stimmen. Das wäre unrealistisch. Und viele andere Hinweise auch. Ich gebe euch da recht, es war alles sehr grob berechnet, wurde in dem Video aber auch so gesagt, dass es im Endeffekt nur so ein Überschlagen ist, um mal ganz grob eine Hausnummer rauszubekommen, wie lange brauche ich denn, bis sich mein Speicher gelohnt hat. Dann habe ich das Ganze verfeinert und habe die Version 2 rausgebracht. Und da hat sich dann schon einiges verändert, das könnt ihr hier sehen. Ich habe also wieder die Kosten des Speichers mit drin. Wir haben wieder den angenommenen durchschnittlichen Preis für die Kilowattstunde in den nächsten 20 Jahren. Bitte darauf achten, hier reden wir von 20 Jahren, daran wird sich später was ändern. Wir haben die EEG-Vergütung, die wir bekommen fürs Einspeisen. Dann haben wir die Differenz zwischen diesen beiden, weil wir das später brauchen für die Berechnung. Dann haben wir die Möglichkeit, den Jahresverbrauch einzugeben und eine Prozentzahl, wie viel von diesem Jahresverbrauch durch den Speicher gedeckt wird. Dann kommen wir wieder zum Kapitel Speicherverluste. Auch die berechnen wir wieder. Wir geben ein, die Größe des Speichers. Wir geben ein, wie viel wir geladen und entladen haben. Und dann berechnet er uns im Endeffekt den Speicherverlust, den wir weiter unten dann auch nochmal berücksichtigen, da dieser Strom sozusagen verloren geht, für den wir aber normalerweise Einspeisenvergütung bekommen hätten. Dann kommt er auch von einigen kritisch gesehenen Bereichen für die E-Fahrzeuge. Ihr habt hier die Möglichkeit, den Dieselpreis einzugeben, den Verbrauch pro 100 Kilometer, auch den Verbrauch, den euer Elektroauto auf 100 Kilometer braucht. Und ihr habt dann eben auch die Möglichkeit hier einzugeben, wie viel Prozent des Stroms, der aus dem Akku kam, wurde denn fürs E-Autoladen benutzt. Wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr hier natürlich einfach eine Null eintragen und dann hat dieser komplette Bereich hier keine Funktion mehr. In der Diskussion ging es da ganz gut hin und her von einigen, die gesagt haben, hey, das darfst du so nicht berechnen. Und wenn du das berechnest, dann dürftest du das nur mit dem ganz normalen Strompreis machen. Für mich ist meine Photovoltaikanlage ein Investment, das mir Kosten verhindert. Und ich muss das aus meiner Sicht gegen die Kosten rechnen, die ich normalerweise hätte. Kann man sich natürlich darüber streiten, ob man dann jetzt hier den Benzin- bzw. Dieselpreis ins Verhältnis setzt oder einfach nur die normalen Kilowattstunden. Aber wenn ich nur die normalen Kilowattstunden berechne, dann brauche ich den ganzen Abteil hier nicht, denn dann kann ich das ganz normal über die Einsparungen beim Strom berechnen. Also wie gesagt, wenn ihr das mit dem E-Fahrzeug berechnen nicht wollt, packt einfach 0% rein. Ihr wisst ja, ihr könnt das Pfeil runterladen und für euch selber verwenden. Die aktuelle Version V3 packe ich euch hier natürlich unter das Video. Okay, dann was wir hier in dem grünen Bereich hatten, war dann nochmal die Berechnung, wie viele Kilowattstunden müssen wir denn einsparen, bis sich unser Speicher rentiert hat. Dann haben wir die Information, wie viel jährliche Ausspeiseleistung wir denn haben. Das Ganze berechnet sich dann eben aus diesen 9000 Kilowattstunden und davon die 24%, je nachdem, was ihr da oben eingetragen habt. Dann berechnet er auch, wie viele Vollzyklen wir mit diesem Speicher somit hinbekommen. Und dann haben wir hier im Endeffekt die Zusammenfassung, wie viel Stromkosten wir vermieden haben. Und da haben wir diese jährliche Ausspeiseleistung minus die Kilowattstunden, die wir genutzt haben im Auto, mal Kilowattstundenpreis minus Einspeisevergütung. Wie gesagt, setzt ihr hier 0, dann hat der ganze Bereich eh keine Relevanz mehr. Dann haben wir hier eben die Spritkosten, die wir vermieden haben. Ich kann es euch mal kurz zeigen, wenn ich jetzt 0 mache, dann nimmt er mir die raus. Und wir haben dann natürlich auch noch den Strom, den wir verloren haben durch die Speicherverluste, wo wir im Endeffekt die Speicherverluste nehmen, mal die Einspeisevergütung, die wir bekommen hätten. Und dann haben wir hier einen Minusbetrag und dann kommen wir im Endeffekt auf diesen kompletten Betrag, den wir durch den Speicher im Jahr eingespart haben. Gehen wir weiter runter, kann man dann sehen, wir haben unter den Konstellationen, die wir jetzt haben, amortisiert sich unser Speicher in 10,11 Jahren. Und auch hier gab es wieder sehr viele Argumentationen. Wäre es hier eine Amortisationszeit von 18 oder 20 Jahren gekommen, dann wären natürlich die Speichergegner mit dem Argument gekommen, so lange hält der Speicher nicht. In dem Fall zieht natürlich dieses Argument nicht. Dann wird wieder gesagt, dass der Strompreis, den ich im Schnitt für die nächsten 20 Jahre angenommen habe, zu hoch sei und dass eben deswegen die Berechnung so nicht stimmt. Aber auch das ist nicht ganz richtig. Das wird man gleich in der aktualisierten Version meines Files sehen. Und zwar, wie ihr sehen könnt auf der rechten Seite, ich habe hier mal einen Kommentar reinkopiert von einem Zuschauer, der das Speichervideo V2 gesehen hat, der gemeint hat, ob ich nicht einfach eine pauschale Preissteigerung von 3,5% mit in den Strompreis fließen lassen könnte. Und die Idee fand ich super, ich habe ihn dann auch eben kommentiert, danke für den Hinweis. Und deswegen finde ich auch unsere Community so klasse, dass jeder im Endeffekt, wenn er Ideen hat, sie reinpackt. Und wenn das für mich technisch umsetzbar ist und wenn ich das auch für sinnvoll halte, dann mache ich das natürlich auch gerne. Und deswegen, heute kommt die V3, die im Endeffekt eine Erweiterung der V2 ist. Und was genau sich da verändert hat, werde ich euch jetzt zeigen. Und zwar, ihr könnt sehen, der obere Bereich ist etwas größer geworden. Die Kosten des Speichers sind immer noch gleich, da tragen wir also die Speicherkosten ein. Dann kommt die Preissteigerung in den nächsten 10 Jahren. Ich habe jetzt hier nur 10 Jahre genommen, denn von diesem Preis, den wir im Endeffekt dann berechnen, für die nächsten 10 Jahre, werden wir den Durchschnittspreis nehmen. Und diesen Durchschnittspreis werden wir für unsere Berechnung dann nehmen. Denn wenn man im Internet sucht, wie lange ein Speicher denn braucht, bis er sich etwa amortisiert, wird oft von 9 bis 12 Jahren gesprochen. Deswegen habe ich jetzt einfach mal nur die nächsten 10 Jahre genommen. Die Frage ist natürlich, wie kommt man zu diesen 20 Prozent? Dafür bin ich wieder auf stromreport.de gegangen. Die Grafik kennt ihr vielleicht schon. Und da kann man im Endeffekt die Strompreisentwicklung der letzten 10 Jahre sehen. Und wir nehmen die natürlich jetzt einfach mal an für die Strompreisentwicklung der nächsten 10 Jahre. Und dann sprechen wir hier von 20 Prozent Strompreissteigerung von 2013 bis 2022. Natürlich auch mit diesem starken Anstieg hier jetzt am Ende. Aber ich will nicht negativ klicken. Ich glaube nicht, dass die Strompreise wirklich nochmal runtergehen. Denn in der Vergangenheit gab es relativ wenige Produkte oder Dienstleistungen oder wie auch immer, die nach einem Preissprung wieder zum Originalpreis hinuntergefunden haben. Deswegen glaube ich nicht, dass der Strompreis wieder sinken wird. Aber wir halten uns hier an Fakten. Wir nehmen also 20 Prozent Preissteigerung in den nächsten 10 Jahren. Und wenn wir das dann hier in unsere Berechnung mit eintragen, können wir sehen, wir tragen hier dann diese 20 Prozent ein. Hier rechts sind noch ein paar kleine Zellen, die für die Berechnungen mitverwendet werden. Die werde ich euch aber dann ausblenden. Also wir geben an den Kaufpreis. Wir geben die prozentuale Preissteigerung für die nächsten 10 Jahre an. In diesem Fall 20 Prozent. Das sind einfach die Fakten von den letzten 10 Jahren. Wir geben den aktuellen Strompreis an. Diese 34,64 Cent, die hier auch genannt werden für 2022. Und hier wieder unter uns. 34,64 Cent wird ihr momentan in fast keinem aktuellen Stromtarif mehr finden. Ich verlinke euch mal hier oben das letzte Video, das ich gemacht habe zum Thema Stromtarif. Da findet ihr noch ein Angebot, wo ihr 33, schlag mich tot Cent pro Kilowattstunde bezahlt. Über zwei Jahre gesichert. Vielleicht ist es was für euch. Könnt ihr euch ja mal angucken. Wir nehmen also diesen Strompreis von 34,64 Cent. Und wenn wir darauf eben diese 20 Prozent draufschlagen und von diesem Aufschlag die Hälfte nehmen, weil wir wollen das ja im Schnitt berechnen, kommen wir auf einen durchschnittlichen Kilowattstundenpreis von 38 Cent. Und wenn wir jetzt zurückdenken an das erste Video, das ich gemacht habe, wo ich 40 Cent genommen habe und wo viele Kommentare kamen, dass es viel zu hoch sei. Wenn man rein den Fakten folgt, was ich jetzt hier gemacht habe, war es ein bisschen zu hoch. Aber ich glaube auch nicht, dass diese 38 Cent reichen werden. In den nächsten zehn Jahren, ich glaube, die Preise werden noch gut nach oben gehen. Allein, wenn wir unsere Inflation von 5 oder 6 Prozent anschauen, dann gehe ich nicht davon aus, dass Preise sinken werden. Aber ich lasse mich gerne eines anderen belehren und würde mich freuen für jeden und natürlich auch für meinen Geldbeutel, wenn die Preise wieder runtergehen. Aber einfach realistisch und an Fakten haben wir eben diesen durchschnittlichen Strompreis von 38 Cent pro Kilowattstunde. Der Rest ist relativ gleich geblieben. Auch hier in diesem Bereich hat sich nichts verändert. Ich gehe noch mal kurz zurück auf unser Beispiel. Hier hatten wir ja ein Ergebnis von 10,11 Jahren, bis sich der Speicher orientiert hat. Ich nehme jetzt hier mal auch die Autonutzung komplett raus, damit wir es besser vergleichbar haben. Dann sind wir bei 10,59 Jahren, die wir unter den bisherigen Angaben berechnet haben. Und in der V3 eben mit dieser Möglichkeit, die Prozente einzugeben und den aktuellen Strompreis, wird der Strompreis hochgerechnet auf die nächsten zehn Jahre im Schnitt. Das sind dann eben diese 38 Cent. Und wenn wir dann runterscrollen, nehmen wir auch mal das Auto raus, damit wir hier keine Verzerrung haben, können wir sehen, kommen wir von 10,5 Jahren auf 11,31 Jahre. Das bedeutet also, wenn wir nicht diese 40 Cent nehmen, sondern diesen aktuellen Strompreis von 34,64 Cent, darauf für die nächsten zehn Jahre 20 Prozent draufschlagen, kommen wir auf 11,31 Jahre. Wobei man hier dann wieder ehrlicherweise sagen müsste, dann müsste man natürlich für das letzte Jahr oder für die letzten 1,3 Jahre wieder einen leicht erhöhten Strompreis annehmen. Aber so pingelig wollen wir jetzt mal nicht sein. Also generell, wenn wir die Berechnung hier in V3 mit der Preissteigerung auf reellen Werten so durchrechnen, kommen wir anstatt auf 10,59 Jahre auf 11,31 Jahre. Ein bisschen mehr, ja, aber ich denke, das ist immer noch ein sehr guter Wert. In 11,3 Jahre wird der Speicher locker packen. Ich gehe eher von 15 bis 20 Jahren aus. Das heißt, also wenn er sich amortisiert hat, löst er sich ja nicht in Luft auf, sondern ich kann ihn immer noch weiter nutzen. Deswegen 11,31 Jahre, damit kann ich leben. Ich möchte mich bedanken bei dem Zuschauer Kai Exploited, wenn ich es richtig ausspreche. Danke für den Hinweis, auch für euch alle anderen, die zuschauen. Wenn ihr weitere Ideen habt, wie man das Pfeilen noch verfeinern könnte, packt es unten rein. Die V3 wird nicht die letzte Version gewesen sein. Ich denke, da werden noch mehrere folgen. Und wir bringen das Ding dann irgendwann mal zu einem finalen Status, wo man dann wirklich alle Faktoren abdecken kann und man eben einen sehr realistischen Amortisationszeitraum für seinen Speicher berechnen kann. Also, das soll es gewesen sein. Wie gesagt, ich verlinke euch das Excel-Sheet auch unten. Wie gesagt, ihr müsst dann hier die Prozente eintragen, den aktuellen Strompreis. Aber das ist jetzt momentan eh so eingetragen, wenn ich euch das hochlade. Das heißt, das könnt ihr eigentlich so lassen, denn das sind die Fakten, wenn wir uns die letzten 10 Jahre anschauen und eben den aktuellen durchschnittlichen Strompreis. Wenn euch das gefallen hat, ihr wisst ja, lasst mit Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Es kommen immer wieder solche Videos und auch immer wieder Excel-Sheets für euch, die ihr verwenden könnt. In dem Fall bleibt mir wieder nichts zu sagen, als bleibt gesund, schaut bald wieder rein. Ich wünsche euch alles Gute, bis bald, euer Steffen von Retro & Future. Ciao. 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 Ciao.